Florian Silbereisen hat Beatrice Egli nach Hause geholt, um ihre Familie vorzustellen. Die Liebesgeschichte des Paares Florian Silbereisen und Beatrice Egli geht endlich zu Ende. Sie haben sich gegenseitig nach Hause gebracht. Das ist eine gute Sache. Sicherlich werden sie in naher Zukunft bald eine Hochzeit haben. Florian Silbereisen bringt zum zweiten Mal ein Mädchen zu seiner Familie. Es stimmt, dass er Beatrice Egli sehr liebt. Seine Liebe zu Beatrice Egli war mehr als seine Liebe zu Helene Fischer. Florian Silbereisen, ich habe viele Liebesaffären erlebt. Kenne viele verschiedene Mädchen. Aber ich bringe selten ein bestimmtes Mädchen nach Hause, um ihre Augen zu sehen. Denn es gibt Menschen, die frisch verliebt sind, es gibt Menschen, die es für eine Weile lieben, sich zu trennen. Ich habe sie noch nicht herausgefunden. Daher kommt eine Heirat nicht in Betracht. Das Mädchen, das ich nach Hause gebracht habe, ist dasjenige, das ich heiraten möchte. Vor Beatrice Egli holte Florian Silbereisen Helene Fischer nach Hause. Zuvor wollte er auch Helene Fischer heiraten und es gab viele Gerüchte um die Hochzeit des Paares. Doch dann gingen sie getrennte Wege. Es war damals eine wirklich traurige Nachricht. Doch nun hat das Paar auch ein neues Ziel gefunden. Auch Florian Silbereisen hat nach vielen Jahren ein weiteres Mädchen mit nach Hause geholt, um ihre Familie kennenzulernen. Das freute seine Eltern sehr. Sie liebten Beatrice Egli sehr. Beatrice Egli sagte, dies ist das erste Mal, dass ich einen Fuß in die Familie Florian Silbereisen setze. Zuerst war ich wirklich überrascht, als ich von Florian Silbereisen zum Abendessen mit seiner Familie zu sich nach Hause eingeladen wurde. Als ich ankam, war ich sehr erschüttert. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber beim Betreten des Hauses von Florian Silbereisen haben sich alle sehr gefreut. Seine Mutter liebt mich sehr. Und nach und nach finde ich an, mit den Leuten zu reden. Ich habe mehr Selbstvertrauen und rede mehr mit den Leuten. Die Familie von Florian Silbereisen liebte Beatrice Egli sehr. Sie wollen, dass das Paar schnell heiratet, um Kinder zu bekommen. Und sie überlegten, nach Hause zu gehen, um mit Beatrice Eglis Eltern zu sprechen. Das Paar ist in der Tat glücklich. Was für ein schönes Pärchen. Sie müssen glücklicher und glücklicher sein. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben. Dann abonniere das Video und teile es mit uns. Vielen Dank.